Streetwork, Jugendhilfe, Sozialarbeit mit Benachteiligten, in Schule, in der Beratung, das sind nur einige Berufsfelder aus dem Kosmos der sozialen Arbeit. Hier an der RWU lernen die Studierenden ein hohes Niveau an methodischen Kompetenzen, wissenschaftlichen Forschungsmethoden und, da legen wir einen sehr großen Wert darauf, einen zielführenden Theorie-Praxistransfer. Wir wollen, dass die Studierenden natürlich aus dem Hörsaal herauskommen und direkt mit den Menschen arbeiten. Ich habe mich von Anfang an für das Arbeiten in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe interessiert. Im Rahmen meines Studiums an der RWU habe ich entsprechend schnell den Weg in die Praxis gesucht. In dieser Hinsicht hat die Umgebung einiges zu bieten. Es gibt mir ein gutes Gefühl, Teil solcher Strukturen zu sein und weiterhin dafür zu sorgen, dass es genug Orte mit einer guten Betreuung gibt, an die sich Menschen in besonderen Situationen wenden können und die in schwierigen Lebenslagen Schutz bieten. Am meisten lernt man immer noch, wenn man mit dem Menschen persönlich spricht. Denn besonders eine Sache hat mir mein Studium gezeigt. Die Theorie ist nur die eine Seite der Medaille. Soziale Arbeit bedeutet auch rausgehen, aufsuchen und gegebenenfalls unterstützen. Und das sowohl als verlässlicher Partner in Krisensituationen, als auch in der Bewältigung des Alltags. Streetwork als eine Methode der sozialen Arbeit kann dabei im Einzelfall, im Gruppen- oder Gemeinwesen-Kontext stattfinden. Die Alltagsbegleitung vieler Klientinnen ist sehr wichtig. Wir analysieren kontinuierlich jede individuelle Problemlage und entwickeln gemeinsam positive Lebensziele. Von Bedeutung ist immer die Hilfe zur Selbsthilfe. In verschiedenen Seminaren habe ich rechtliche, beraterische und psychologische Kompetenzen erworben, um in unterschiedlichsten Situationen und in ganz bestimmten Einsatzgebieten Unterstützung anbieten zu können. Solche Erfahrungen, wie hier sammeln zu können, ist viel wert. Das Begleiten von Menschen mit Beeinträchtigungen. In ihre Lebenswelt eintauchen, ihre Sichtweisen kennenlernen und dabei Toleranz, Akzeptanz und Vielseitigkeit erleben. Das ist eine ganz eigene Erfahrung. Die Klientinnen übernehmen sinnvolle Aufgaben in verschiedenen Betätigungsfeldern. Als angehende Sozialarbeiterin habe ich die Chance, sie in ihrem beruflichen Alltag zu unterstützen und dabei auch etwas von ihnen lernen zu können. Unsere Hochschule Ravensburg-Weingarten bietet ein breites Bildungsangebot an, das in der Technik gestartet wurde und dann mit den Wirtschaftswissenschaften erweitert, aber die wichtigen gesellschaftlichen Themen in einer Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege gebündelt hat. Bei uns studieren 3.800 Studierende, die von über 100 Professorinnen und Professoren betreut werden, in einer wunderschönen oberschwäbischen Landschaft 19 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge. Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020